Ein Mann carried die UFC gerade, komplett im Alleingang und damit herzlich willkommen, wir bei Kampfgeist, MMA, UFC 306 ist vorbei und nach einem Pay-Per-View, ist ja immer an der Zeitpunkt gekommen, da denkst du schon über den nächsten Pay-Per-View nach und ich dachte mir schon, über den nächsten Pay-Per-View, boah geil, Oktober, Topure gegen Holloway, Shimaev gegen Whittaker, aber Moment mal, da ist ja noch, da ist ja noch UFC 307 dazwischen drin, wir haben Khalil Roundtree Jr., was ist Alex Pereira, schon in knapp zwei Wochen und super unscheinbarer Pay-Per-View, ich dachte mir, ich dachte legit, der nächste Pay-Per-View ist Abu Dhabi, aber nein, UFC 307 ist auch noch zwischendrin und wir müssen einmal darüber sprechen, was die UFC eigentlich jetzt wäre ohne Alex Pereira, das wäre ein sehr trauriges What-If, aber wir schauen uns mal wirklich die letzten Fights von Pereira, weil ich mir gedacht habe, alter Schwede, wie oft hat der eigentlich jetzt schon, der UFC, den Arsch gerettet und deshalb kommen wir auch gleich mal zu seiner Topology Seite. Angefangen hat das Ganze bei UFC 295, das war das Main-Event, nachdem Jones vs. Stipe ausgefallen ist, ich muss da natürlich dazu sagen, der Fight stand schon auf der Main-Card drauf, das war das Co-Main-Event, also war jetzt kein Short-Notice-Fight per se, aber trotzdem musste man hier das Main-Event füllen, Short-Notice eingesprungen, sind aber sehr wohl, Pavlovich und Espinel, die sind dann das neue Co-Main-Event geworden, gut, wisst ihr Bescheid, aber dieses Jahr, dieses Jahr ging es erst so richtig ab und zwar hatten wir einmal UFC 300, Alex Pereira vs. Jamal Hill war das Main-Event von 300 und wisst ihr eigentlich noch, was, ich meine, ist jetzt gar nicht mal so lange her, das sind vier Monate, fünf Monate, aber wisst ihr noch, was für ein Trubel das war, die große Zahl 300 300 und wenn du dir jetzt so fünf Monate später mal die Fight-Card anguckst, Pereira vs. Hill, Holloway Gaethje, Saruqian gegen Olivera, Prohazka gegen Rakic, ja, dann ist es schon eine der besten Fight-Cards, die wir in den letzten Monaten überhaupt hatten, aber hier war das ein gerettetes Main-Event, denn eigentlich hätten Pereira und Jamal Hill einen Monat später bei UFC 301 in Brasilien gegeneinander kämpfen sollen, die UFC fand aber kein Main-Event für ihr größtes Event oder ihre beste Fight-Card aller Zeiten, um es mal so zu nennen und deshalb musste Alex Pereira einspringen. Natürlich gehören immer zwei dazu, natürlich ist auch Jamal Hill eingesprungen, aber großartig, super, wirklich viel zu verlieren hat der Hill nicht, das Problem war nur, der war nicht wirklich fit im April, im Mai wäre er fitter gewesen, aber Hill erzählt ja immer dauernd auf Social Media, dass er es eh nur fürs Geld macht und flext auch gerne mit dem Geld und deshalb ist das auch ganz okay, so wie es gekommen ist. So, nächster Pay-Per-View, also UFC 300, die beste Fight-Card aller Zeiten, wurde von Pereira gerettet. UFC 303, Pereira vs. Prohazka. Ihr kennt dieses grüne Poster, ihr wisst, wer da am 29.06.2024 hätte kämpfen sollen, aber aufgrund eines gebrochenen Cs ist Conor McGregor ausgefallen und mit einem gebrochenen C ist Alex Pereira eingesprungen gegen Jiri Prohazka. Auch hier wieder, der Show-Retter Pereira. Wer hätte denn hier sonst das Main Event gemacht, ja? McGregor ist ausgefallen und das ist ja wirklich so bemerkenswert. Pereira springt nicht nur bei der besten Fight-Card of All-Time ein, UFC 300 und macht schlussendlich ein würdiges Main Event, zumindest mit dem Finish, sondern der springt auch beim eigentlich größten Fight des Jahres ein und zwar UFC 303, McGregor vs. Chandler. Und das wirklich, wir reden ja hier von UFC 300 und dann UFC 303 und dazwischen liegen zweieinhalb Monate. Das ist absolut gar nichts. Pereira, absolute Maschine. Und auch hier wieder das große Problem, was hätte sie machen sollen? Wen hätte sie reinpacken können? Die UFC hatte bei UFC 300 das Problem, ey, wen sollen wir reinpacken? Keine Ahnung. Komm, wir rufen Pereira an und Pereira sagt nur Schama. Und bei McGregor genau die gleiche Story. Wen hätten die denn jetzt ins Main Event knallen können, wenn nicht jemand, der McGregor ersetzt und Chandler trotzdem kämpfen lässt, ja? Wahnsinn. Also ich glaube auch wirklich, dass Pereira so ein bisschen auf Mission Impossible Basis, ihr kennt ja Mission Impossible. Alles läuft schief, die Welt steht vom Untergang, ja, die Atombomben, da läuft schon der Timecode und dann erst ruft man Tom Cruise an. Und Tom Cruise kommt und macht die Mission Impossible und rettet mal wieder die Welt. Aber in der UFC-Welt ist Alex Pereira einfach original Tom Cruise oder wie halt der Charakter da heißt, ne, bei Mission Impossible. Ich kenne doch den Namen vom Schauspieler. Ihr wisst, was ich meine. Pereira ist einfach original Tom Cruise aus Mission Impossible. Und jetzt hier UFC 307. Es ist wieder die gleiche Geschichte. UFC hätte diesen Pay-Per-View absagen können. Seht ihr, wie langweilig dieses Poster aussieht? Seht ihr, wie generisch das aussieht? Seht ihr diese Fight-Card? Evlojev gegen Sterling, Ken Harrison gegen Catelyn Vieira. Okay, Dolize gegen Holland ist okay, ist okay. Aldo gegen Bautista ist okay. Wonderboy gegen Buckley ist okay. Aber die Fight-Card kann gut sein, aber du kannst Wonderboy gegen Buckley, Aldo gegen Bautista, Dolize gegen Kevin Hall, das sind alles Apex-Fights. Evlojev gegen Edgerman Sterling könnte so ein Apex-Main-Event sein. Sehen wir mal Real Talk ehrlich? Evlojev gegen Sterling könnte auch ein Arena-Main-Event sein, so ist es nicht. Aber als einzigen Titelfight hat es The Pennington gegen Peña. Dana White hätte wahrscheinlich Minus-Pay-Per-Views gemacht. Wäre 307 sein einziger Titelfight, Peña vs. Pennington. Der hätte Minus. Es hätten mehr Leute sein ESPN-Plus-Ding da gekündigt, als neu abgeschlossen. Aber jetzt hast du wieder Tom Schama-Cruz, der einspringt gegen Khalil Roundtree. Und ich kann es da auch so ein bisschen verstehen, wenn die UFC dann sagt, ja komm, dann geben wir ihm halt einen Gegner, der machbar ist in Khalil anstatt jetzt Anker Laie. Denn Alex Pereira hat der UFC den Arsch gerettet bei UFC 300. Sie hatten niemanden, der das Main-Event machen könnte. Du hättest halt dann vielleicht, klar, du hättest Holloway gegen Gaethje zum Main-Event promoten können, aber das wäre ja eine fette Enttäuschung. Wir dürfen ja nicht vergessen, wie groß Dana White dieses Event geredet hat, ja. Ähm, McGregor vs. Chandler. Was hättest du machen können, ja? Du verkaufst Tickets. Das war das größte Ticket-Gate aller Zeiten. Also die größten Ticket-Einnahmen, weil die Leute Tickets für McGregor gekauft haben. Und wie schafft es die UFC? Du hast im Staat Nevada, das regelt tatsächlich jeder Bundesstaat für sich selbst. In Las Vegas, in Nevada ist es das Gesetz, wenn das Main-Event sich ändert, kannst du dein Ticket zurückgeben. Das heißt, alle, die ein Ticket gekauft hatten für McGregor vs. Chandler, hatten das Recht darauf, ihre Tickets zurückzugeben. Und das wäre für die UFC ein Chaos. Und hättest du jetzt Engarno gegen Derrick Lewis 2 reingepackt, dann hätten es wahrscheinlich mehr Leute zurückgegeben, als bei Pereira vs. Poazka. Das heißt, Alex Pereira, bei seinen letzten dreien Fights, wenn du jetzt in Round 3 Fights und seinen letzten dreien dazu zählst, also bei seinen letzten zwei Fights plus bei seinem nächsten Fight, hat der UFC so derbe den Arsch gerettet, denn wenn ich über die ganze Situation nachdenke, ich persönlich hätte keine Ahnung, wer hätte da eigentlich einspringen sollen. Und genau aus dem Grund bin ich auf eure Meinung gespannt. Alex Pereira, der Retter der UFC, jetzt mal real talk, wer springt öfters ein und wer könnte überhaupt so oft einspringen? Ich persönlich glaube, gar keiner, ich persönlich glaube, wir alle werden super schade finden, wenn der Typ eines Tages zurücktreten wird. Und es wird nicht mehr allzu lange dauern, denn er ist dann nicht mehr der Jüngste. Leute, vielleicht habt ihr ja Ideen. Was hätte die UFC bei 300 gemacht und bei 303 und bei 307? Wäre Pereira nicht eingesprungen. Ich glaube, bei 300 hätten sie wahrscheinlich Holloway vs. Gaethje als Main Event genommen. Ich glaube, bei 307 hätten sie den Pay-Per-View legitim gestrichen. Und bei 303, McGregor vs. Chandler, der Ausfall, da bin ich ratlos. Schreibt mir aber eure Meinung unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und damit, schau mal!